So, wir beginnen jetzt mit dem ersten Lernvideo von der Mundi-Bolka. Wir beginnen wieder in der Grundstellung. Mit zwei, drei beginnen wir. Eins und zwei. Zug, vierter, fünfter, Kreuzgriff, Gabelgriff. Drücken. Und ziehen. Abschluss. Kreuz. Und von vorne. Ziehen. Kreuzgabel. Kreuzgabel. Drücken. Und wieder dann der Abschluss. So, das war jetzt der erste Teil von der Mundi-Bolka. Ich freue mich schon auf den zweiten. Okay. Boy. Du kommst nochmal zu sch centern. Wir versuchen noch mal zu halten. Nicht ganz bene.